Hi Freunde, jetzt kommt's zum neunten Projekt mit mir klar, und zwar heute Geistesberg mit Story. Ich habe mich davon inspirieren aus meinem Modell Eigenholzmarkt mit Story. Ja, in diesem Projekt bin ich der Sohn von einem Vater, der verstorben ist, der den Hof auf der Geistesberge benannt hat. Ja, also ich habe jetzt mal die Kamera angemacht, und wir fahren jetzt zu meinem Hof von meinem Vater, der leider verstorben ist. Und ja, ich kenne den Hof eigentlich leider zu. Wir müssen jetzt, der ist völlig verstorben, wir haben die ganzen Tiere verkauft, weil der Hof dabei keiner weiterführen konnte. Und deswegen mache ich das jetzt bei einem Auto von mir im Hof. Und ich weiß auch schon, was ich als erstes machen muss. Und wir müssen jetzt Feld Nummer 45, meines Missens, flüge. Seher Pflug hat er seine Livate gegeben, der müsste beim Händler stehen. Und den muss ich jetzt gleich nehmen mit unserem Fahrzeug abholen. Ich muss dann noch im Internet gucken, weil ich von meinen Traktoren die meisten Pärs hat zum Pflügen. Wir haben auch gleich noch ein Gewicht bestellt. Und ich habe ein bisschen Kapital. Und meinem eigenen Geld mit rübergenommen. Ich weiß nicht nur. Angel vu triste. Ich weiß nicht, dass er den commence. Ähm. Ha, hä. der ist auch schon jahre gekommen ja ich weiß es schlecht gemacht aber juckt mich ähm also wir haben die dann 120 mit dem steuer eigentlich ist keine ahnung wo der steuer heißt und habe ich abgeschlossen Oh, der steht noch am Rückewagen, kein Problem, ich glaub der war als letztes im Forst, wo er gestorben ist So, ich muss nicht mehr wissen, ich muss nicht mehr wissen, ich muss nicht mehr wissen, ich bin nicht mehr los, xm, also ich muss nicht mehr loschen So, this is the case, case, Alter, wo ist der, shhh, case Vielleicht hat der mit dem an die Kier verkauft Stellt eigentlich, warum geht die Kier weg, du, ich hab gesagt, die kommen in der Woche, die haben die Kier weg, du Oh, der steht da Ich spreche jetzt noch ein Schildo, Leo Ja, das ist aber, dass ich nicht mehr loschen Ich mach mal alle gerade raus Und was, ich mach mal noch mal nicht nach vorne, aber, nein Ich hab mich schon lange, kann ich nicht mehr kommen Es wird immer so, wenn ihr auch so an sich geht, seht man schon, bevor ich bescheid mache, wäre schon nicht fein. Okay. Aber hier Geistesberg ist so schön die Licht Besser nicht Das ist sehr cool, das ist schon geil Das ist ein Hauptschöpfer, das ich leider nicht bekomme Okay. Und ich mag nun. Ich suchte in der Steyr, also wie. Ja genau, Flichsfall ausschließend aus dem Turm-Achse. Ich bin echt schon lange kein Traktor Ich bin echt nicht mehr geblieben So, ich bin nicht mehr geblieben Ist das 2 I-Cup? Nein, okay Ich bin echt ein Google-Großbücher Das ist die Wiley Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020